okay zeit um das nächste zu befreien das heißt zu befreien ich bin doch mittendrin wieso greift ihr mich jetzt an hier nein ich hätte früher kommen sollen so turbinen das weiß ich jetzt jawohl hallo da muss ich hin da muss ich hin scheinbar nicht getroffen nächste wärme tauscher gehen sie aus dem weg das war zu nah nein ich will nicht sterben nicht zählt das noch das wäre geil wenn das erzählen würde das wäre richtig geil aber leider nicht getroffen glaube ich und ich habe das alles noch offen jetzt wenn ich noch mal aufmachen muss dann ist das auch kacke da geht noch die nerven wieso müssen die letzten zeile immer so schwierig sein so jetzt mittendurch auch ja mittendurch und dann erst mal gegen so ein komisches viereckiges ding so hi leute ich frage mich wieso greifen die mich jetzt an alle ja so war da auf dem weg so Nummer eins der zweite ah die habe ich vergessen hihihi hübschuss hübschuss eine turbine noch ah bumm nein ich habe es voll drauf mich selber zu töten hier ach man das ist doch echt nicht mehr wahr naja läuft gerade total gut auf jeden fall ähm bevor wir die nächsten mission machen war schon noch ein gebiet klar also sauber sozusagen und dann machen wir die nächsten mission oder vielleicht wieder zwei mission miteinander und dann und dann äh so noch ein turmine und um 1 nummer 2 kommt danke granate neben so hat willst du oder weg ist weg um panzer frei geschaltet panzer wahren sind fünf ansiedlungen von vier von 13 provinzen ja ich bin nur keine ahnung oft gestorben deswegen war es ein kinderspiel so eine waffe hat munition gewesen ist ja unser heli auch die mission ist auch frei so dass um das ein großgebiet das so ein mittleres gibt obwohl das dann hätte ich hier oben alles hier oben alles wenn ich das frei mache dann fehlt mir das dann auch auch nicht schlecht zwei sachen in einem das wird zum schluss machen hier die randbezirke und erst mal das hier so machen und da erst das da dann mission war war ein plecker aber hier ist auch nicht viel wir sind da drauf drei provinzen dann machen wir das noch bevor wir die nächsten mission machen dahin will ich meine da komm seid gegrüßt gute bürger die unterhaltskosten für alter potentia haben sich als zu hoch erwiesen um eure steuern besser nutzen zu können hat es unser geliebter anführer daher geschlossen Und die Basen verschwinden weiter. Hoffentlich gehen sie unserem furchtlosen Anführer nicht irgendwann aus. Aber nein, er hat ja alles unter Kontrolle. Viva Melici. Der Typ ist geil. Er wird immer parteicher. Hoch, bitte hochziehen. Hier muss alles überall schon ein scheiß Berg sein. Oder das ist eigentlich alles in einem Berg, ne? Oh, 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 ich muss zu hochziehen wieder. Wow. Schneebedeckte Landschaft. Naja, so viel Schnee ist auch nicht da. Das ist eine ganz schön größere Entfernung. Weil wenn man überlegt, ich fliege hier 200. Moderna, jei, jei. Ganz älter. Oh, scheiße. Und so peu a peu nach oben. Oh, ich habe die Spitze erreicht. Naja, spitze sieht anders aus zwar, aber... Zumindest musste ich hier drüber. Das ist ein Lagerhaus, oder? Toll, erst ein bergauf, dann jetzt abwärts. Ja, ganz toll. Ich schieße mal. Ein Warnschuss. Das ist nur ein Lagerhaus. Toll, nur ein Lagerhaus. Das ist toll. Sonst sehe ich hier nichts. Hä? Na, fliegen wir vor quer drüber mal. Irgendwo muss hier was... Weißt du was? Nein. Irgendwo muss hier was sein. Hm. Das ist immer ein schwierigeres Gebiet hier. Ich sehe nicht mehr im Boden mehr. Also sinken den Boden. Jo, geht hier berg noch. Meine Güte, ne. Oh, guten Tag. Wo bin ich denn? Ich bin jetzt wirklich mit... Naja, nicht ganz mittendrin, aber... Ich bin halt echt verwirrt. Hier könnte natürlich was sein. Bin ich noch näher? Hier ist die Straße Ende. Ich flieg mal da hin. Toll, also wir zurück. Was soll sich so tun? Hoffen wir mal, dass wir jetzt da fürs finden überhaupt. Jetzt wäre es schön... Schön, schön doof wäre das. Natürlich, alles ist immer schön doof. Ach, so eine Sackgasse. Hallo, ich glaube, Mann. Das ist jetzt hier Zugleisen. Na, Zugleisen. Ja, Zugleisen. Ich bin jetzt total verwirrt. Ich bin jetzt mal da hin. Ich bin jetzt mal da hin. Das ist jetzt mal wieder weg hoch. Jawohl. Da grafen wir runter. Das sind die lieben langen Dach. Und da, wo ich hinfliege, ist sicher auch wieder nix. Straße. Oh. Hoppala, scheiß Baum. So war es von bereit. Na, ich glaube, das, was auf jeden Fall hier ist, ist, äh, das ist das Gebiet. Das. Ja, genau, erst mal alles schön rum, außen rumfahren. Alle Einheiten hierher. Aha. Ich wiederhole, alle Einheiten hierher. Äh, ui. Das ist die große Basis. Finde ich gut, dass ich bin gekommen bin. So, weil jetzt sind wir... Wirklich? Ich wiederhole, Helikopter am Anflug. So haben wir das Speerfeuer nicht angreifen. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs für euch. Wow. So, Captain, geht hier. Holy Moly. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hat's auf jeden Fall mein, äh, Heli zerlegt. Ho, ho, ho. Wahnsinn. Alter! Taktischer Eingreifdruck näherzig eure Position. Verfolgt mich wieder, oder was? Achtung, wir schicken Panzer zu eure Position. Alter, das ist Barbarium. Entsendung von Eliteeinheiten autorisiert. Das sind doch einfach in Ruhe, Leute. Achtung, Helikopterunterstützung näherzig eurer Position. Ihr Zentrale, Panzer sind unterwegs. Oh. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten Boden tief. Ach, jetzt kommt, ey, Leute. Ich fing auch noch zu regnen. Achtung, wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. Ander wollte ich euch übertreiben, ey. Mein Gott, Leute. Die decken komplett aus. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Nein. Das braucht ihr ganz und gar nicht. Ich tickte nicht mehr ganz sauber. So. So, habt ihr mich wieder entdeckt? Das ist schön für euch. Weg damit. Ähm. Benzin! Feuer! Achtung, wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. Ja, das ist mir jetzt relativ scheißegal, was ihr macht. Na ja, so ist es direkt nicht. Wenn ihr mich so fragt. Wir Zentrale, Panzer sind unterwegs. Für die kleine Waffe. Boah, Sturzflug. Boah, Sturzflug. Die hab ich alle kaputt gemacht. Okay. Oh nein. Da, 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 da. Tschüss. Tschüss. Oh. Ja, dann nur das da. Panzer sind unterwegs zu eurer Position. Freiheit, Freiheit. Unabwärts. Ja, ganz toll. Können wir sagen, wo ihr das letzte Teil hier versteckt habt? Mein Gott. Heute könnte man hilfreicher sein. Was, der Raub überfliegt? Wann bin ich denn Raub? Nein. Wann bin ich denn langgesucht auf Medici? Da, Judentag. Niemals. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. So. Tada. Spalten-Duo. Oh nein. Spalten-Duo. Eine von drei Ansiedlungen. Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen.